Unsere Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters, weil wir damit letztendlich alles bezahlen, was wir im Internet an scheinbar kostenlosen Diensten zur Verfügung gestellt bekommen. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, alle möglichen Internetangebote und selbst in Versandhandel, selbst bei Online-Shops ist es mittlerweile so, dass wir eben, wenn wir unsere Daten preisgeben, deutlich günstigere Produkte bekommen und vor allen Dingen auf uns zugeschnittene Produkte. Und das kann auch natürlich dahin führen, dass wir negativ Konsequenzen erfahren, zum Beispiel einen teureren Versicherungsvertrag oder einen teureren Kredit bekommen. Wir erleben derzeit eine vollständige Digitalisierung unserer Welt. Das heißt, Menschen, Personen, Organisationen werden digital abgebildet. Die Daten, die dabei entstehen, sind wertvoll geschäftlich, in höchstem Maße wertvoll. Das ist das Gold unserer Zeit. Und für uns ist es wichtig, zu jedem Zeitpunkt zu wissen, wo die Daten sind, was mit unseren Daten passiert und mit wem wir die Daten teilen. Also die neue Europäische Kommission muss den digitalen Wandel gestalten. Wir brauchen jetzt Regelungen zum Beispiel zum Datenschutz, zur Netzneutralität und auch zum Urheberrecht, die der digitalen Revolution unseres Lebens Rechnung tragen. Wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger, aber auch als Unternehmen Rechtssicherheit im europäischen Markt. Wir müssen wissen, welche Regeln gelten. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen und wir als Verbraucherinnen in Europa nicht am Ende benachteiligt werden von der aktuellen Situation, weil die Produkte und Dienstleistungen vor allen Dingen aus anderen Ländern hierher kommen und vielleicht nach anderen Standards gestaltet werden und damit einen Wettbewerbsvorteil auch haben. Ich bin ein großer Europa-Optimist und ich erwarte mir von der neuen Europäischen Kommission, dass sie schlagkräftig das Thema digitaler Binnenmarkt vorantreibt, indem wir mal 2015 die Umsetzung der Datenschutzverordnung erleben und diese wirklich in Kraft tritt und unsere Daten und damit uns Menschen schützt. Und in weiterer Folge brauchen wir dann Regelungen für Informationssicherheit und für weitere Bereiche des digitalen Binnenmarktes. Wir müssen es schaffen, dass nach dem Euro und nach Schengen nun, aber für den gesamten europäischen Raum, ein Binnenmarkt entsteht mit einheitlichen Regeln, wo wir Europäer die Regeln definieren und die ganze Welt nach diesen Regeln spielen muss, sodass es einen Wettbewerb auf Augenhöhe gibt. Meines Erachtens haben Eltern in den digitalen Medien von heute eine besondere Verantwortung, denn sie müssen sich nicht nur darum kümmern, dass ihre Kinder Bescheid wissen über die Medien, die sie benutzen, sondern sie müssen eigentlich selber auch Bescheid wissen über das, was ihre Kinder dort tun und wie Medien, wie zum Beispiel soziale Netzwerke oder die Suchmaschinen funktionieren und welche Ergebnisse da angezeigt werden. Das müssen Eltern selber erfahren. Nur dann werden wir es schaffen, dass wir gemeinsam eine Umgebung bekommen, in denen Kinder eben selber auch wirklich entscheiden können, was sie wollen und was sie nicht wollen und was vielleicht risikobehaftet ist, das auch selber erkennen können, was risikobehaftet ist. Und dafür braucht es ein Gemeinsam von Eltern und natürlich auch dem Gesetzgeber und denjenigen, die Dienste im Internet anbieten. Das kann nicht nur einer diese Verantwortung tragen, sondern das tragen alle gemeinsam. Eltern ist zu raten, dass sie ihren Kindern einen selbstbestimmten Umgang mit den Daten lehren. Dies deshalb, weil die Kinder sonst später im Leben bereuen könnten, was sie in jugendlichem Leichtsinn an Spuren im Internet hinterlassen haben. Darüber hinaus ist aber schon wichtig, dass wir endlich einen Datenschutz in Europa bekommen, der Zähne hat und der unsere Kinder auch schützt, wenn sie Services im Internet nutzen.